Liebes Publikum, also wir haben es geschafft, das Festkonzert, die beide Festkonzerte, letzte Woche in der Philharmonie hier in Köln. Also jetzt spielen wir unser erster Fanfare von Aya Ritter-Jonsen. Und jetzt sind wir mit einem anderen Projekt, unser erster Abo-Konzert mit meinem Freund Renaud Capuçon. Und wir freuen uns, dass wir nochmal treffen können für dieses Programm mit Mozart, diese unglaubliche Sinfonie, Richard Strauss, so melancholisch und weiche Musik für Bläser und Hartmann, diese Concerto Funebre und ein Fanfare. Also bis Sonntag, Montag und nächsten Dienstag für unser erster Abo-Konzert. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.